Seid gegrüßt und willkommen bei euren HD BlackEye. Ja, wir befinden uns hier in der Mission 31 jetzt. Und in dieser Mission ist es auch ohne Blender möglich, einen Präventivschlag zu landen. Und natürlich ist das hier gleich hier der Ort und somit brauchen wir hier auch nicht so ewig weit laufen. Gut, man sollte hier natürlich aufpassen, bis er sich in die richtige Richtung dreht, so wie hier. Und somit haben wir hier einen Präventivschlag und dann sollte man versuchen, eigentlich möglichst allen in den Stockzustand zu bekommen. Das haben wir hier nicht so ganz hinbekommen. Aber das Wichtigste ist, dass der Roboter in den Stockzustand ist, denn das ist der, der am meisten aushält, wenn man ihn nicht in den Stockzustand hat. Schockzustand, so, jetzt haben wir es richtig. Und somit sollte der Kampf dann hier keine Probleme mehr darstellen. Dann auf Stromkommando wechseln, da hat er mit Magie, machen wir wenig Schaden auch bei den Roboter. Und deswegen dann mit normalen Schlägen drauf einhacken. Und somit haben wir hier auch die 5 Sterne erreicht.